Hallo und herzlich willkommen bei Funky Vegan Mary. Ich heiße Maren und ich zeige euch heute, wie ihr ein weihnachtliches Cranberry Zwiebel Chutney zaubern könnt. Und zwar aus ganz einfachen Zutaten, die eigentlich jeder zu Hause hat. Und das eignet sich super als Geschenk. Kleines Schleichen drum machen und Weihnachten ist gerestet. Und Nikolaus. Einweihungspartys und überhaupt alle anderen Feierlichkeiten, wo man kleine Mitbringsel braucht. Das ist wirklich hervorragend. So, dafür braucht ihr Zwiebeln, Cranberries und dann eigentlich nur noch braunen Zucker, Orangensaft, weißen Balsamico und dann eigentlich nur noch Senf und Salz und Pfeffer. Und das war's. Und zwar geht's los. Die Zwiebeln kommen in den Mixtopf. Oh, Deckel. So, flop, flop, die sind immer zerteilt. Und die werden jetzt erstmal zerhäckselt bei 5 Sekunden Stufe 5. Sesam öffnet sich. So, die Zwiebeln sind zerhäckselt. Jetzt dünsten wir die an mit 20 Gramm Öl. So, schwul. Ha, perfekt. So, sehr viel Druck und das Ganze 2 Minuten Varoma Stufe 1. Shake it, Baby. Bing, 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 bing. Fertig. So, jetzt geht's nicht weiter. Die Zwiebeln sind angedünstet und jetzt kommen die Cranberries und der braune Zucker dazu. Und zwar, wir brauchen 125 Gramm Cranberries. Ha, perfekt. Und braunen Zucker brauchen wir 25 Gramm. So, und das Ganze wird jetzt nochmal 2 Minuten Varoma Stufe 2 gedünstet. Varoma Stufe 2 bis gleich. Willkommen zurück. Darf ich nicht sagen. Bing, bing, bing. So, die Cranberries, Zwiebeln und der braune Zucker sind angedünstet. Jetzt geht's weiter. Und zwar mit dem Orangensaft. Da kippen wir 250 Gramm rein. Ja, das war zu viel. Oh nein, scheiße. Egal. Essig. 60 Gramm, bitteschön. Ich bin heute irgendwie sehr schwungvoll unterwegs. So, ich wollte eigentlich ein bisschen mehr machen. Ach, 60 Gramm. Dann den Senf. Senf, wie man bei uns sagt. Den schönen Oberfragen. 10 Gramm Senf. So. Flop. Flop. 10 Gramm. Und dann kommen noch Salz. Einen halben Teelöffel. So. Und ein Viertel Teelöffel Pfeffer. Ähm, ich mach einfach mal. So, und das Ganze köchelt jetzt 18 Minuten bei 100 Grad auf Stufe. Zwei vor sich hin. Das köchelt dann so ein. Und, ach so. Und man soll das Garkörbchen als Spritschutz draufstellen. Zwei. Und jetzt kommt das Garkörbchen. Oh, oh, oh. So. Flop. Es kocht. Tren Insider. So. Bis gleich. Tschüss. Hallo. Da bin ich wieder. So. Jetzt ist mein Chutney eingekocht. Und jetzt muss ich das nur noch 3 Sekunden Stufe 5 pürieren. Leicht pürieren. Das sollte noch leicht stückig bleiben. Und genau das mache ich jetzt. So. Ha, ha. Okay, also es sieht nicht so gut aus, wie es schmeckt. Oh, wenn es Geruchs-YouTube gäbe. Mh. Es riecht süß-sauer. Es riecht ganz toll. Es ist schweineheiß. Oh, es ist lecker. Ja, ich weiß, ihr kennt sich alles. Ich finde alles, was ich mache, lecker. Ich glaube, vielleicht nimmt mir das keiner mehr ab. Aber es ist wirklich verdammt lecker. Ich habe das auch gestern schon gemacht. Wir haben zusammen Weihnachtsgeschenke gemacht. Und meine beiden Mädels, die mitgemacht haben, die waren auch total begeistert davon. Ich habe es auch gestern zum ersten Mal gemacht. Und es ist wirklich hervorragend. Meine Eltern finden es super. Mein Mann findet es super. Alle finden es super. Und es hat auf der Rezeptwelt ganz, ganz viele gute Bewertungen bekommen. Es hat 5 von 5 Sternen. Ha. Halsch. Mh. Lecker. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Also auf diesen Daumen da unten drücken. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich würde mich sehr freuen. Und dann habe ich wieder leckere Rezeptideen für euch. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine schöne Zeit. Und gehabt euch wohl eine schöne Adventszeit. Und sage bis bald. Tschüss. Eure Maren. Hallo. Klickt da. Warte mal auf. Ist es auf der Seite? Muss ich es nur noch? Ähm. Drei. Scheiße. Es sieht aus wie er brochen ist. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Den Daumen hoch. Da unten. Da unten. Da. Also hier steht drei. Puh. Puh. Der. Wenn euch das Video gefallen hat. Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Oder drückt da unten auf diesen Daumen da. Da. Da unten. Dann gebt mir doch das Video gefallen hat. Untertitelung des ZDF, 2020